so herzlich willkommen da sind wir wieder bei streaming for fun und edge of empire so da sind wir ein paar leute wieder nicht am arbeiten die sollen hier nicht so faul rumsitzen weil in die falle rumsitzen kosten die mir geld so was machen meine fischer hier die fangen auf fleißig herum das ist gut für meine gold grobe hier die goldmine schon fleißig dran feld abgeerntet das heißt ich muss mal gucken dass ich immer bei der leute beschäftige so mal gucken was habe ich hier nur alles rumlaufen ich muss mal sagen ich habe jetzt momentan so unterdäger dorfbewohner 20 stück dass man den mal sagen muss was zu tun ja du bist wahrscheinlich auch um tätig hat auch im wald ich will hier keinen wald mehr ich will hier gleich hause bauen jetzt habe ich noch seit ihr dann hier sind soldaten dann laufen wir gehen so dann gucken wir mal was wir noch so schönes bauen kann hier so sie aber nicht darum um stehen hier die leute wollen essen vor allem wenn die kenne hinterher kommt ich will hinterfutter haben da können wir auch ein schicken n es n n Was ist das? Was ist das? Was kann ich hier bei der Beförderung machen? Was kann ich hier bei der Beförderung machen? Was kann ich hier bei der Beförderung machen? Was kann ich hier bei der Beförderung entwickeln? Was kann ich hier bei der Beförderung machen? 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 So... Einen Marktplatz können wir bauen... Machen wir das doch gleich... So, da ist ein Marktplatz hin... So... Jetzt ist hier noch eine Arbeit... Was kann man denn noch bauen? Gucken wir mal... Eine Schmiede! Dein... Marktplatz... Schmiede... Was kann man hier noch... Beförderung bauen... Das habe ich auch schon... Holzverlager habe ich auch schon... Gehirn... Fischgut haben wir auch schon gehabt... Das reicht auch erst einmal alles... Fischgut haben wir auch schon gehabt... Das reicht doch jetzt erstmal alles... so dann gucken wir mal hier was es hier noch so schön es gibt die stadtwache so So, wenn wir hier haben, ist alles so. Komödie. Entwickelt Schwertkämpfer, also können wir hinterher noch Schwertkämpfer einbauen. Entwickelt ihr die Ritterzeit, müssen wir jetzt entwickeln. Dann können wir hier auch noch Buch bauen. Warum arbeitet ihr hier nicht? Immer mit Profis zusammenarbeiten. Gleich haben wir auch schon die ersten 15 Minuten wieder um. Wir haben auch schon Frühling. Umtätige, 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 wo sind denn die schon wieder? Nein. Wir suchen Werner. Das ist mein Ritter. Der muss ja bleiben. Dann können wir hier um. So. 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 Ja. Ihr habt das ja schon gesehen. Die Häuser haben sich alles ein bisschen verändert, zu der vorigen Version. Ich hab mir ein paar Designs mal herunter geladen. Warte mal. Ich lass mich hier mal hier eine Mühle bauen. Die Mühle baue ich dannacke. Wer tut hier immer wieder nichts? umdötige ich soll was tun immer mit profis super so eine mühle wollen wir dann hier hin dorfzentrum baum haben wir das doch da kann ich dir nicht wegreißen mal gucken wie das funktioniert ich glaube du musst den hier anklicken halt rechen So, Schmiede habe ich schon. Das habe ich auch schon. Das Kloster bin ich. So, Kloster habe ich gebaut, Universität bin ich dran, da bin ich auch schon dran. Gut, dann gucken wir mal, was bei der Verteidigung so alles Schönes gibt. Einen Steinwall, eine Burg bauen, eine Burg, die baue ich. Wo war das denn? Nicht hier.